Heike Berg hat sich dort auch an einigen der Songs-Wettbewerbs und Frau Heike Berg teilgenommen. Wurde über eine Teilnehmerin des Song Contest Fals 2012, also aus dem Vorjahr, auf unseren Wettbewerb aufmerksamt. Er präsentiert Ihnen von der Gruppe Hurts den Titel Wonder for Life. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Frank Scherra! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!